so liebe leute ich habe jetzt mit meinem sohn die xbox series x geholt und jetzt gehen wir nach hause und packen das aus so jetzt beginnen wir mit unserem unboxing der series x und wir haben sogar playstation sandaletten sandalen alles auspacken mussten schon bei saturn fast eine halbe stunde warten aber wir haben unser xbox jetzt bekommen hier sind die alten konsolen das ist ein richtig harter kleber echt? ja okay die haben das auch ein paar mal durch die kasse gezogen ne? warte mal ja wie umlegst du eigentlich auf? Junge, du kannst locker bleiben das fühlt sich ein bisschen sperren ja dann vielleicht andere seite ne? ja ok ja das macht auch sinn ja genau so ist ja geil nein nein das ist ja egal o ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm so und jawoll und was ist da noch drunter? so eine bedienungsanleitung die sowieso keiner durchliest ne? brauchen wir nicht oh der controller oh mach mal auf gleich ich muss gleich den controller mal angucken und fühlt sich ein bisschen anders an? ja oh der hat hinten vor allem diese zerriffeln ne? na cool ok ok ja die Batterien und hdmi das ist glaube ich entweder 2.1 2.1 ja achso das ist ultra high speed ok und Netzteil alles klar? jetzt kommst du jetzt kommst du so alter so mein Sohn war einer der glücklichen der noch der noch eine xbox vorbestellen konnte und jetzt kann er jetzt kann er seins nennen uuuuuh sag mal hat das meine kamera ein bisschen? jawoll ist auch hier super geil geiles gerät folgte lichter sag mal hui nicht schlecht dann herrschen Glückwunscher sagen ja ja